Tag zusammen und herzlich willkommen bei Rom Jojo Sojo und frohes neues Jahr wünsche ich euch und herzlich willkommen zum Midweek Random Madness Back to Business und ja wie ihr schon unschwer erkennen könnt Black Ops 2 im Hintergrund etwas, ich weiß nicht ob es nervt, müsst ihr mal bitte in den Kommentaren schreiben, also ich finde das eigentlich immer ganz angenehm, wenn da ein bisschen Musik im Hintergrund ist, vor allem für mich so wenn ich beim Zocken so finde ich, also gut wenn man sich extrem konzentrieren will, ist das vielleicht etwas unvorteilhaft, aber so finde ich das eigentlich immer ganz angenehm, aber schreibt es mir doch bitte in den Kommentaren, ob es euch eher nervt, aber ja, Gun Game ganz flott auf den Freien und mal schauen, was hier so abgeht Achso ja und Musik von DJ Rock, das habe ich unterschlagen Ja was los Ich bin dran, 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 ich bin dran Let's go, Jojo. Ja, was geht denn da los? Was geht los da rein? Was geht los da rein? Sturm, 10-1, ist trotzdem richtig nice. Arrrr, scheiße. Arrrr, scheiße. Hä? What was these guys? Nice. Was ist denn los, bin ich ja. Heute geht es aber runter, ey. Was ist denn da los hier zum neuen... Ja, na gut. Eigentlich ist für mich noch altes hier. Aber das schließt doch hier super ab, ey. Stimm da los. Ich stimm da los. Komm, let's... Let's go. Arrrr, schade. Das ist ein... Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt hat der schon... Der ist recht nah dran. Jo. Gegrieved. Einfach mal. Easy. Was? Wo kommt der denn hier? Du, 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 du. Komm, ich will erster bleiben. Oh, das war Knabbel. Knabbelkiste. Yes, baby. Was? Ja, Bruder. Fickt euch, ihr Hecker. What's going up, baby? Baby. 28, 50, was los? Alter, das war ja mal mega fette, krasse Sache, ey. Was war denn da los? Wuhu. Also, 6 Minuten Folge könnt ihr euch natürlich... Das wäre ein Witz. Deswegen auf jeden Fall eine zweite Runde. Und deswegen aber Sticks and Stones dieses Mal. Oh, komm, bitte. Er macht mir Sticks and Stones. Sticks and Stones, please. Ja. Das so, so muss das, weißt du, sprich der Jojo. Und... Nice. Nee, jetzt fetzt grad richtig. Können direkt, glaub, Musik bisschen lauter machen. Ah, ah. Dülüb-dülüm. Dülüb-dülüm. Oh, no, ride please. Okay. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Freunde. Sticks and Stones for euch am Start. Am Stiesel. Und... Das war's. Und... Das war's. eng. Scheiße. Okay. Das läuft schon mal nicht ganz so prickelnd. Das andere war wirklich irgendwie... Also, ich weiß ja nicht. Man könnte sagen, es hätte jeder gekonnt, aber... Anscheinend konnte es nicht jeder. Ah, was ist denn das? Hier wirst du ja gefiestet. Meine Fresse. Ah, da wollte ich ihm noch eins reindrücken, aber das da... Das hat nicht mehr jetzt so ganz geklappt. Hä? Der hätte auch schon dreimal treffen müssen. Ah! Okay, sie haben gelernt, oder sie sind einfach... Vorhin könnte ich nicht schlecht gewesen. Bad round, guys. Bad round. Und... Das läuft's dagegen für mich nicht so gut. Yes! Das sind eigentlich die Fail-Dinger, weil eigentlich... Sollte das ja nicht so umklingen zu sein, dass die... Alter! Da. Diese... Umgebungskills da irgendwie so schaden machen. Ah. da war gut ich will auch keine Musik mehr Hausherr nicht ganz schlimm konzentrieren uns aufs Game konzentrieren uns aufs Game da es gibt sie nicht meine Fresse schlaubsakt yes ich will mir das aber ein bisschen abgewöhnen die haben uns bufftisch zu rufen weil das ist ja eigentlich geklaut wenn man das jetzt so muss ich mal was eigenes ausdenken ja was geht los da rein Post Geld los zu haben das war mal die in die in die in die in was 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 für keine Munition mehr sind der ist so das ist Wurde ich schätze ohne Witz jetzt so ernsthaft jetzt so so richtig ernsthaft jetzt das Spiel ist das Spiel ist so das ist auch zum zum Weg äh ne das ist doch einfach asozial asozialer scheiße ich tue die alle hier tja war es wohl nix ne aber ihr seht ja mein Score also man kann nicht von Leuten nicht sagen dass ich schlecht gespielt hätte ja genau jetzt weißt du da trifft mich der Bombo von da hinten es geht los da rein naja was soll's 15 9 es ist okay haben wir gute Runde davor gehabt und äh ja passt schon passt schon ist passt ja ist schon gay ist okay ist okay jetzt hört man auch die Musik wieder ich danke dann einfach mal fürs zuschauen ne ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video frohes neues Jahr wünsche ich euch nochmal dass äh dass besser wird wie das letzte auf keine ahnung vielleicht war das letzte Jahr war ich schon schon mega krass geil und ich meine, aber man kann sich ja immer verpassen, ne? Also ich wünsche euch einfach frohes Jahr und bis zum nächsten Mal bei euch im Jojo Soldier und damit Tschau sehen!